Lom, Bezis, Max, in 20 Arten von Bolschdass-Spielern! Die Armen! Lom, es ist was ganz Doofes passiert. Ich hab nur alles Geld ausgegeben, alle meine Taschengeld. Ich hab jeden Tag 2 Euro, hab nur noch 0 Jams. Was soll ich tun? Ich hab auch nur noch 0 Jams. Was machen wir jetzt? Wollen wir eine Bank ausrauben oder so? Ähm, ja, also ich hab so eine Sturmmaske und ich hab so eins, einen, äh, einen Wasserpistole sollen wir machen, damit wir wieder mehr Jams haben. Ja, dann müssen wir in eine Bank einbrechen oder so, Max. Ja, okay, Brokkoli und Max gegen Bank. Los geht's! Los geht's! Beim Verlieren. So, Lom, jetzt müssen wir einmal hier in die, äh, Mitte. Warte kurz, so, warte. Angriff! Du musst die Kisten hier holen, warte. Kiste, Kiste, Kiste. Ja. So, Achtung, du musst auf die Penny. Ja, ein bisschen aufpassen, warte. Ja, ja, ich, ich hol den Leon hier oben, warte. Ey, Lom, ich will sterben! Ich hol den... Lom! Mann, immer spiel ich mit dir und wir verlieren minus zwei Pokale. Hä, das ist deine Schuld. Lom, kannst du mal gut spielen, immer machen wie Minuspokale, wenn ich mit dir spiel. Ich spiel jetzt viel lieber mit Haiwa, der ist viel besser als du. Beim Ballerkaufen. So, Lom, ich bin jetzt hier auf den einen Account und ich habe jetzt hier 69 Gems gespart. Und jetzt kann ich mir endlich hier den Boxer kaufen. Weil, weißt du, der kostet nur noch 26 Gems. Das habe ich jetzt gerade erspart und den will ich mir jetzt unbedingt holen. Das hat so 50.000 Jahre gedauert. Kannst du dir auch einen neuen Brawler holen? Nein, bei mir ist der nächste Brawler mythisch. Der kostet 324 Gems. Ich habe nicht genug, um den zu kaufen. Oh, aber egal. Ich hole jetzt den neuen Brawler. Guck. Wie findest du das? Ich kaufe mir einen. Ja, aber ich will auch, ich will doch aber auch einen kaufen. Ja, warte. Ich zeige dir, ich kann mir sogar noch einen kaufen. Warte kurz. So, hier. Also, ich habe nämlich noch sogar 43 Gems. Und jetzt kann ich mir auch noch den Poco kaufen, weil der ist wie mein Bruder, ja. Jetzt habe ich meine ganzen Brawler gekauft. Und wie viel hast du jetzt gekauft? Ich habe gar keinen gekauft, weil ich konnte mir keinen kaufen. Oh. Bei der Skin-Auswahl. Solom, weißt du, ich habe jetzt hier meinen Max-Skin ausgewählt, Konimax. Und ich habe auch anderen Max-Skin. Ich habe auch Hermes Max und den Silbernen. Und ich spiele jetzt Konimax in der Runde. Aber du musst einen anderen nehmen. Du bist nur so diese doofe Ghostbuster-Gale. Der ist gut, der Skin. Lass ihn nehmen, Max. Nein, der ist total scheiße. Alle in meiner Schule sagen, der ist doof. Du musst einen anderen nehmen. Nein, der ist cool. Lass ihn jetzt nehmen. Weißt du? Weißt du was? Du musst einen nehmen, der aussieht wie ein Brokkoli. Nein, Max. Nein, du musst einen Spikeskin nehmen. Warte. Du musst nehmen. Warte kurz. Ähm, wer sieht aus wie ein Brokkoli? Du kannst einfach den hier. Du kannst einfach Spikes spielen. Nein, ich will den, aber ich... Weil der sieht aus wie ein Brokkoli. Den nimmst du jetzt. Nimm den. Lamm, du musst ihn jetzt nehmen. Wenn du nicht machst, dann hast du morgen Pech, wenn du Stammel spielst. Ja, und ich nehme jetzt den coolen. Weißt du? Ich nehme jetzt den, den nur die coolen Leute spielen dürfen. Ich nehme jetzt Konimax. Das ist innes doof. Du bist doof. Beim Gems kaufen. Kevin, kriege ich 500 Euro für Bolsch das? Nein, Max. Nerv nicht. Kevin, kriege ich bitte 2 Euro für Bolsch das? Nein, Max. Du hast schon genug Gems bekommen. Kevin, kriege ich bitte 4 Euro für Bolsch das? Und einen neuen Lollipop? Nein, Kevin. Frag doch einfach Lumex. Lamm. 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 Ja. Du musst mir helfen. Mein Bruder will mir keine Gems geben. Ja, da hast du Pech. Dann gibt es halt keine Gems heute. Also, ich habe dir geholfen, Minecraft zu Video zu machen. Jetzt bitte 200 Euro. Was? 200 Euro? Ja. Bitte, Lamm. Jetzt 200 Euro, bitte. Ich kaufe dir einen Code, okay? Ja, ich habe dir auch Minecraft aufgenommen. Und du hast mich wieder geäppelt. Ihr habt mir den Code geschickt, Max. Ja. So, warte. Warte, ich gebe kurz Code ein. Lamm. Lamm, der Code ging gar nicht. Doch. Du bist der Durfste. Beim Posen in WeLife machen. Lamm, du musst jetzt eine Boiler-Pose machen. Ich zeige dir, du musst von Dynamite machen. Guck hier, der in der Lobby rumspringt. Das musst du machen, weil wenn du das machst, dann kriegst du automatisch neue Schuhe, damit du draußen schneller laufen kannst. Muss ich wirklich machen, Max? Ja, das musst du machen. Jeder muss das machen, wenn er mit mir Bolsch das spielen will. Ja, wenn es sein muss. Ja, ich muss gucken und dann bewerten. Bist du bereit, Max? Ja, ich bin bereit, Lamm. Reicht jetzt? Ja, Lamm, das hast du gut gemacht. Jetzt kannst du dir neue Schuhe kaufen, damit du... Du musst es jetzt auch machen, Max. Du bist auch dran. Nein, ich habe schon neue Schuhe. Hä, du sollst es auch machen jetzt? Die Tryhada. Lamm, ich bin jetzt bereit. Ich habe jetzt extra meine coole Brille aufgesetzt. Damit ist man zehnmal cooler. So, du hast auch deine coole Brille aufgesetzt. Ich werde es nur kurz gucken, weil weißt du, ich habe... Gar kein Problem. Letztens habe ich mit Haiwa gespielt und hat es gesagt, auf der Met, da muss man den Boxer nehmen und du musst, ähm, den, weißt du, den einnehmen. Gwai, und jetzt geht es los. Soll ich jetzt bereit machen oder so? Mit Gwai, mit Gwai, schnell. Mit wem? Mit Gwai. Ja, da muss ich ganz kurz suchen, weil ich habe so viele Brawler, die sind alle auf 35. Ja, 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 ja. Ja, ich habe ihn. Ich habe bereit gemacht. Ja, los. Lamm, du musst jetzt deine 500 Cubes sammeln und ich mache auch 400 und dann haben wir Hunde gewonnen. 500 nur? Ich dachte, 800, Max. Ja, warte, so schnell. Ich laufe schon mal. Eine Sekunde. Wer zuerst einen Cube holt, der ist der coolere. Okay, machen wir so. Weil der ist dann der bessere Twi-Harder. Ja, ich habe zuerst geholt. Hey, ich habe zuerst geholt. So, warte, wer zuerst den Kill holt, der ist viel cooler als der andere. Ja. So, ich bin viel cooler als du. Ja. So, und wenn, wer jetzt, wer jetzt, äh, Runde letzter Kill macht, der ist viel cooler, weil ich bin der, äh, der größte Twi-Harder als du. Ja, zack. Ha, so ein Ding ist das. Ja, bumm, kaputt. Beim Nachtspielen. Lomm. Ja, Max. Lomm, ich darf jetzt gar nicht so laut sein, weil, ähm, morgen Schule, weißt du. Oh, ich darf auch nicht laut machen, Max. Ja, du musst jetzt in eine Runde gehen. Wenn ich nur einmal schreie, dann kommt mein Papa und dann kommt der mit dem Gürtel, weißt du. Und das ist nicht gut, Max. Mach ganz leise, komm, wir gehen in die Runde. Ja, ja, ja. Vielleicht kommt auch mein Bruder, weißt du. Letztens hab ich auch nachts gespielt. Und dann kam der und hat mit Eiern auf mich geschossen, aus einer Kanone, weißt du. Mit Eiern? Oh, oh. Das ist nicht gut. Ja. Jetzt musst du ganz doll aufpassen, Max, weißt du. Wenn ich jetzt einmal, ich darf nicht ausrasten, weißt du, Lomm. Ja. Ich bin gleich tot. Warte. So, ja, den hab ich. Ich. Alter. Ich. 20 Leberstur. Lomm, ich bin fast gestorben. Ich auch, die bringt mich gleich um. Lomm. Ich hab keine Munition mehr. Schieß. Geh weg. Oh, Mann. Mann. Lomm. Warte, kurz. Er schnappt sie dir. Ja. Warte. Nein. Das kommt. Mein Bruder kommt. Der wirft mich jetzt mit. Eiern ab. Au. 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 Beim Ausrasten. Lomm, wir müssen jetzt do a showdown und du musst aber einen anderen Ball annehmen. Grey ist nicht gut. Nein, ich will aber Grey jetzt nicht. Komm, jetzt komm. Lomm, du musst einen anderen. Lomm, du musst unbedingt einen anderen Ball annehmen. Max, ich nehme jetzt keinen anderen Ball. Nein. Nein. Ich nehme jetzt. Ich nehme jetzt Grey. Komm. Lomm. Du musst. Nein, ich hab gesagt, ich nehme Grey. Schalt jetzt die Runde. Komm, geht los, Max. Lomm. Max. Oh nein. Jetzt ist mein Handy kaputt. Was hast du gemacht? Beim Schule schwänzen. Hör, warum ist Max denn online? Warte mal, hat er nicht Schule? Oh, Lomm lädt mich ein. Warte kurz. Hallo, Lomm. Max, hast du die Schule? Was? Du hast doch Schule. Nein, ich bin heute krank. Wie, du bist krank? Ja, ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich muss einen neuen Jesse Brawler pushen. Der ist noch bei null Pokalen, weißt du? Was? Nein, du hast... Ich bin heute nicht in der Schule. Du schreibst aber heute eine Mathe. Du schreibst doch Mathe-Test heute. Ja, das ist egal. Ich muss meinen Bolz-Stars-Account pushen, weißt du? Ne, wirklich, das geht nicht, Max. Das sag ich deiner Mama. Nein! Wenn die Gems alle sind. Lomm, ich hab null Gems. Ich auch. Ja, warte, ich hab so einen neuen Trick. Da, geh mal in, ähm, so rechts bei Equator Code. Machst du slash slash Rattes, Gems und gibst das so dreimal ein. Eins, zwei, drei. Und dann musst du simsalabim dreimal sagen. Simsalabim, simsalabim, simsalabim. Und jetzt? Hä? Ey, minus 2000. Wie viel hast du bekommen? Ich hab minus 3000. Der nur Minigames spielt. So, Lomm, welche Map möchtest du spielen? Wir müssen trainieren. Äh, Lass, um Minigames machen. Was? Nein, Solo Showdown. Möchtest du Schädelhofer, Feuerfels? Nein, Minigames, Max. Minigames macht immer nur mein Bruder. Ich muss trainieren jetzt. Max, nein, wir machen Minigames. Lomm, wir müssen trainieren. Kein Minigames. Max, ich hab dir jetzt fünfmal gesagt, dass ich Minigames machen will. Nein, die YouTuber. Halli ist Max, willkommen zu einem neuen Ballstars-Video. Heute will ich 100.000 Pokale pushen, Max Rang 35 und 100.000 Gems ausgeben. Los geht's. Mein Gott, Leute, ihr könnt es nicht glauben. Es gibt einfach ein unermal heftiges Update in Brawl Stars. Und zwar gibt es einen neuen Geheim-Brawler. Und den werden wir heute gemeinsam freischalten. Es wird unermal heftig. Der hat, der gar nichts versteht. Ja, Lomm, hallo. Ich hab so ein neues Spiel runtergeladen. Irgendwie. Bravo, da, Sterne. Wollen wir da spielen? Ja, ich bin da auch grad drin. Ich hab das zuletzt vor 20 Jahren gespielt. Was muss ich machen? Ich glaub, da gibt's so, so, so Spielcharakter. Schau mal. Kann man da Fußball drin spielen? Hier gibt's einen Kaktus. Kann ich McDonald's da bestellen, Burger Pommes? Oh nein, Max. Wo ist das? Wo ist Happy Meals? Shop? Wo kann ich hier Happy Meals bestellen? Es gibt nicht mal Getränke. Kannst du ein McFlurry bestellen? Hallo? Bin ich hier richtig bei McDonald's? Hier antwortet einer. Bist du in Drive-In? Hier hat einer nur geschrien. Äh, Primo. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ich auch nicht. In der Schule. Oh, ich muss, ich bin jetzt zwar in Matheunterricht, aber ich muss jetzt den Lom mal einladen. So, warte mal. So, Lom, hörst du mich? Magst ja? Ich bin grad im Matheunterricht, aber ich muss leid sein. Warte, der Mathelehrer will was. Warte, ich muss kurz gucken. Und einmal Aufgabe 3 bis 5 machen. Bitte legt jetzt mal eure Handys weg. Jetzt ist die Handy-freie Zeit. So, Lom, jetzt hat der Mathelehrer nicht mehr geredet. Was wolltest du? Äh, wollen wir eine Runde spielen? Also, weil... Warte, ich darf nicht so laut sein, weil grad muss ich eigentlich Matheaufgaben machen. Ich bin grad im Matheunterricht. Hast du grad Mathe? Ja, ich bin grad im Matheunterricht, weißt du? Max, du musst im Unterricht aufpassen. Nee, das ist, finde ich, nicht in Ordnung. Hä? Wieso bist du jetzt rausgegangen? Du kannst ja nicht im Unterricht spielen. Das macht man nicht. Doch. Nee, das ist nicht in Ordnung. Dann spiele ich jetzt einfach alleine weiter. Bei einem Update. So, neues Update-Lied. Es lädt. Lied bei dir auch? Mir steht Update-Lied. Ja, aber es ist die ganze Zeit bei 20% bei mir. Bei mir auch. Das geht nicht voran. Wie lange dauert das denn jetzt? Diese Punkte, die blinken nur so. Ich verstehe jetzt auch nicht. Irgendwas haut da nicht hin. 2000 Jahre später. Lom, bist du noch da? Update-Lied. Ein Spielernamen ändern. So, Lom, du machst jetzt zuerst deinen neuen Namen im Brawl. Neuen Namen soll ich machen? Soll ich jetzt einen neuen Namen machen? Ja, du warst zuerst, zeig, wie willst du dich nennen? Ich nenn mich, ähm, ich nenn mich Lumex. Ja. Ich nenn mich einfach nur Lumex. Watschi, ich hab auch eine gute Idee für einen neuen Namen. Ich zeig dir jetzt, wie sich so Profis nennen, weißt du. Ich nenn mich jetzt H-D-L-P-Max-Kanal-Bro. Warum nennst du dich so komisch, Max? Bro. H-D-L-P-Max-Kanal-Bro. Wie findest du den Namen? Hä? Ah, ne, warte, ich nenn mich anders. Warte, ich nenn mich Max-Cooler-Cooler-Spieler-Spieler-Max-Cooler-Spiele. Ah, ne, warte, warte, ich nenn mich anders. Ich nenn mich Lom-Kevin-Marx-Kanal. Max, warum nennst du dich so komisch? Wie findest du den Namen? Schau mal, Bildschirmtragung. Hä, der sieht verkunftscht aus. Was machst du da? Hä, das ist doch gut. Die leisen Spieler, die leise reden und schichtern sind. Lom? Na? Bist du der von YouTube? Nee, ich will nur dieses Spiel spielen, aber ich find den Startknopf nicht. Ja, also ich trau mich jetzt nicht, weißt du. Ich hab schon mal mit deinem Mädchen geredet und die hat dann gesagt, dass sie mich nicht cool findet. Und jetzt darf ich nur noch so leise reden, weißt du. Oh, das ist, ähm, das ist nicht cool. Ja, ich guck grad, dass ich hier meinen Brawler richtig auswähle. Warte, ich muss auch Brawler auswählen. Ich weiß gar nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher welchen. Welchen auch nicht. Diss-Track. So, Lom? Weißt du, ich hab schon einen zweiten Diss-Track gegen dich gemacht, aber ich mach jetzt einfach den dritten. Weil, keine Ahnung, ich hab da jetzt einfach Lust zu. Ja. Lom? Hast du jetzt Angst, du kleine Brokkoli? Weißt du, deine Haare sind nicht nur aus wie Brokkoli. Die sehen sogar aus, wie hätte einer da so einen grünen Kackhaufen drauf gemacht. Ja. Lom? Ich bin viel besser als du. In Stambl, Brawl und Minecraft. Manchmal äppelst du mich, aber ich hab alles schon durchschaut, weil du bist ein schlechter Spieler. Ich kann immer alles besser als du. Ja, ich hab Diss-Track gemacht mit meinem Bruder und jetzt hast du ganz doll Angst und gehst nicht mehr raus. Tschüss. Wenn Lom und Max zusammenspielen... Lom, bist du da? Ja, was willst du? Jetzt komm online, wir müssen jetzt spielen 10.000 Stunden zusammen. Hast du überhaupt einen Rang von 130, Brawler? Komm jetzt, komm jetzt, schneller rein jetzt, los, bereit. Ich bin doch schon da. Du musst auch bereit machen, Lom. Ich bin doch bereit. Lom, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann rast dich aus. Ja, was ist dann? Hä, was ist dann? Dann rast dich aus. Weißt du, dann geh ich zu deiner Mama und sag, dass du schon mal heimlich Geld ausgegeben hast in Brollstas. Ohne dass du... Hab ich gar nicht, stimmt nicht. Lom, du musst die Gäste viel schneller kaputt machen. Ich mach doch schon. Lom, wenn wir diese Runde verlieren, dann ist das alles seine Schuld. Komm her, komm her. Lom. Ich hab sie gleich, ich hab sie. Lommik! Lommik! H philosophy?